Die Doku-Folge Wir quatschen erstmal über Hertha Dann Gucken wir die Doku-Folge und dann Fabian Rehse Bei Ed Broski Für alle die, die früh ins Bett müssen Dann müsst ihr halt euch morgen Das VOD reinziehen Hab das mit meiner 82-jährigen Mama Heute aus dem Krankenhaus gekommen Ablenkung tut immer gut Dann auch dir natürlich alles Gute dabei Ich bin jetzt vor allem Muss natürlich vor allem für meine Oma da sein Und ihr wisst ja, ich muss auch ein bisschen mehr Arbeiten gerade, weil ich im Urlaub war Da kommt alles gerade ein bisschen auf einmal Deswegen die Streaming-Zeit 22 Uhr Das passt mir ganz gut Dann würde ich eh zu Hause rumliegen Und dann kann ich mich ein bisschen Ablenken Ich hatte mir ein, zwei Sachen aufgeschrieben Die habe ich nämlich nicht mehr geschafft Weil ich dann losgefahren bin, mit ins Video zu nehmen Und zwar Für den Talk jetzt vorher Hab immer noch in meinen Highlights ein Insta-Bild mit dir Das ist auch richtig und wichtig Ich wollte erstmal anfangen Und zwar hatte ich gesehen Fand ich aber auch ganz okay eigentlich geschrieben Mal einen Artikel Vom Berliner Kurier Ich glaube, der war von Wolfsgang Heise Der sich einfach mal Für Pal Dardai Bei Hertha ausgesprochen hat Und Da wollte ich nur mal mit euch ein bisschen So die Argumentation besprechen Weil wir ja immer viele Gründe zusammen Auch gesucht haben Warum nicht und so weiter Die Gründe finde ich auch absolut nachvollziehbar Das sind auch die gleichen Gründe, die ich nenne Warum es so riskant ist Nicht mit Pal Dardai weiterzumachen Ich gucke jetzt nochmal Ist der Artikel, könnt ihr euch gerne durchlesen Ne, der ist von Michael Jahn, der Artikel Und heißt Berliner Weg ohne Pal Dardai in Gefahr Und der geht davon aus Also erstmal fand ich den sehr Ganz herzlich Also er hat gesagt, dass er selber ein bisschen subjektiv schreibt Weil er Pal Dardai so lange kennt Und deswegen natürlich auch mehr Sympathien für ihn hat und so weiter Aber er hat auch geschrieben Dass er zum Beispiel die Kritik von Pal an den Medien zu pauschal empfand Und dass man auch durchaus Ja, die Spiele Die Leistung und das Spielsystem nach der Winterpause Kritisieren kann Die Entwicklung Aber er selber sagt, die Argumente, die hier auch die Pal-Befürworter Ja, mit reinbringen Der sagt nämlich auch Ja, auf der anderen Seite Wir hatten natürlich einen riesen Umbruch Wir hatten die schweren Zeiten Natürlich auch aufgrund des Todes von Kai Bernstein Er bringt nochmal das Argument Mit den ganzen Nachfolgern Die immer wieder versagt haben Nach Pal Dardai Da muss ich aber auch nochmal sagen Das ist halt auch einfach kein Maßstab Wenn du mit Ante Czovic und Taifun Korkut auf Pal Dardai folgst Dann ist die Wahrscheinlichkeit halt auch nicht sehr groß Dass die besser performen Dann hat er nochmal gesprochen Dass Friedi Bobic mit Pal nicht klarkam Und so weiter Und dass der Job nach dem Bundesliga-Abstieg halt auch unfassbar schwer ist Und hat halt die Angst Dass viele Talente den Klub verlassen könnten Falls Pal Dardai eben nicht bei uns bleibt Und da würde ich gerne mal mit euch drüber sprechen Ob ihr das auch so seht Ob die Gefahr dann zu groß wäre Dass viele Talente Jetzt haben wir ja schon eins mit Benze Dardai Das uns verlässt Dass uns viele verlassen Weil Pal Dardai eben nicht mehr Trainer ist Der ja schon dafür steht Immer auf sehr sehr junge Spieler zu setzen Und denen auch eine Chance zu geben Sich zu beweisen Erstmal danke an BPMH Danke für dein Stufe 1 Abo Vier Monate am Start Gerne mal eure Meinung da rein Aber mit Bruno und Sandro ging es halt auch voll nach hinten los Ja aber Bruno ist ja auch nicht bekannt dafür Wobei am Anfang lief es sogar noch ganz gut Dann kam ja die ganze Welt Das war ja die wildeste Zeit dann eigentlich auch Wo dann Klinsmann kam Bruno Labbadia ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt Meistens irgendwo über Jahrzehnte Oder ja über fünf Jahre Also mehr als mittelfristig Erfolg zu haben Und Sandro Schwarz habe ich von Anfang an kritisch gesehen Also dieses Argument Dass er so tollen Fußball spielen lässt Das habe ich in der Bundesliga vorher zumindest nicht gesehen Das war halt nur Seine Referenz war halt aus Russland Da hat er es auch wirklich sehr gut gemacht Aber es ist halt auch immer noch eine Frage Mit was für einem Umfeld musst du haben Und man hat ja auch Arbeiten und man hat ja auch gesehen Also wie schlecht Sandro am Ende einfach aussah Ich glaube schon Weil Pal auch glaube ich Eine große Bindung zu den jungen Spielern hat Ich meine wir haben ja auch immer noch Zecke da Ich habe ja auch gehört Dass Ivo Masers Verbleib letzten Sommer Auch viel mit Zecke beispielsweise zu tun hatte Also dass er natürlich schon So das Feuer entfachen kann Er ist jetzt vielleicht nicht der Sachlichste Verhandlungspartner oder so Aber er kann auf jeden Fall jungen Leuten Also er kann Leute überzeugen auf jeden Fall von dem Weg Sowohl halt Umfeld, Eltern als auch Spieler selber Schöneberger Jung sagt Hängt enorm davon ab Wer Trainer danach wird Denke sehr, dass die sportliche Führung Bei einem Trainerwechsel darauf achten würde Dass der neue Trainer auch auf Talente setzt Da musst du sehr drauf achten Aber vielleicht gibt es ja wirklich ein paar Spieler Die Ja Ha Ho Hey Die dann vielleicht sagen Ey bei Pal wusste ich Keine Ahnung Ivo Maser oder so Bei Pal weiß ich Wenn ich Weiter meine Leistung im Training bin Spiele ich Das sehe ich bei dem neuen Trainer nicht Aber klar Du musst auf jeden Fall Wenn du das schon machst Einen holen Der Eigentlich dafür steht Der dann auch mit den Spielern spricht Wir hatten gestern auch bei Nive darüber spekuliert Ob Benze Dardai Weil ich hatte mich auch so gewundert Naja mit Niko Kovac und so weiter Klar da ist auch ein Rainer Wittmeier im Klub Außer Bundesliga Außer viel Geld verdienen Und nah dran sein Sportliche Perspektive bei Niko Kovac Die setzen ja auch eigentlich nicht so auf junge Talente Hat der vielleicht schon mit einem neuen Trainer gesprochen Und dann wurde ja Hasenhüttl so prompt Nach der Entlassung von Niko Kovac vorgestellt Dass man sich fast hätte denken können Ja das vielleicht auch ein Benze Dardai vorher schon wusste Dass Hasenhüttl dann im Sommer kommt Alles natürlich spekulativ Aber ich glaube Dass am Ende Schon eine Gefahr da ist Wenn man Pal entlässt Weil viele Spieler Glaube ich auch einfach ein gutes Verhältnis zu ihm haben Weil er ist ja schon So ein Kumpeltyp Der auch für was steht Der den jungen Talenten die Chance gibt Auf sie setzt Immer wieder auf sie setzt Aber ich glaube auch Wenn du weißt Wir sehen es ja an VfB Stuttgart oder so Ich glaube da haben gerade auch Viele Talente Bock hin zu wechseln Weil es einfach ein Attraktives Spielsystem ist Also klar die haben jetzt auch mega Erfolg Und da kommt dann auch das Geld Das Nötige Noch dazu Aber Ihr wisst glaube ich was ich meine Es ist genauso wie Wenn Fabian Hürzler verlängert hat Dass dann auch der ein oder andere Spieler Vielleicht Bock hat Zu St. Pauli zu wechseln Aber das weißt du natürlich bei einem neuen Trainer Dann auch nicht Also es ist schon Schwierig Ich fand es auf jeden Fall mal ganz gut In den Zeiten Wo wir ja auch immer viel Paul kritisieren Also ich habe jetzt nie gesagt Schmeiß den sofort raus Aber wo ich sage Da fehlt mir noch vieles Wo viele von euch auch sagen Ja das muss wirklich auch Einen neuen Trainer In der neuen Saison geben Wo es viele kritische Artikel gibt Wo er sich auch über die Medien aufgeregt hat Da fand ich es eigentlich Einen ganz ausgewogenen Artikel Mal für Paul Dardai Also auf jeden Fall einen Wo man so argumentieren kann MC Koi Mein lieber Freund Danke für großzügige 500 Bits Vielen vielen Dank mein Lieber Muss hier mal was nachholen Weiter so Tom Vielen vielen Dank mein Lieber Fettarm schreibt Benny hat ja auch erzählt Dass Zecke bei Fabis Verlängerung Eine sehr große Rolle gespielt hat Ah ja stimmt Da hat er es auch erzählt Bei Fabi Rehse Und unter Paul Wollten ja damals Viele Talente aus Europa zu uns kommen Weil wir dafür bekannt waren Diese jungen Spieler zu entwickeln Siehe Jordan, Lazaro, Weiser, Brooks etc Ja Aber Brooks ist ja kein Ist ja nicht zu uns gekommen Der war ja schon bei uns Jordan auch Aber er hat halt auch Viele zu Bundesligaspielern gemacht Und bei Lazaro Haben wir auch schon ordentlich Geld ausgegeben Das waren ja schon Zeiten da Der war ja nicht billig Ich glaube Lazaro war sogar auch Erst ausgeliehen an uns Naja offiziell hat Benze Ja noch nicht unterzeichnet Vielleicht rutscht Wolfsburg noch unten rein Oder Hertha schafft noch Die Relegation Bin hyped nach Rehses Auftritt Bei Ed Broski Aber ja Die Pressekonferenz hat ja schon bestätigt Dass Benze Nicht bei uns bleiben wird Sie haben zwar Wolfsburg nicht bestätigt Aber sie haben ja bestätigt Dass er bei uns bleiben Nicht bei uns bleiben wird Das hat ja auch Paldada gesagt 1800 Brutto verdient der hier Benze sehe ich bei Wolfsburg Hauptsächlich auf der Bank Bei Hertha hat er kaum überzeugt Und soll jetzt bei so einem Kader Spielpraxis bekommen Niemals Ich hoffe ja immer noch Dass es ein Argument dafür ist Dass es vielleicht Ibo Maser bleibt Weil ich glaube er hätte es auch Sehr sehr schwer Sich gegen Ibo Maser Und Polko Dardai Durchzusetzen Auf seiner Position Und er ist halt auch nicht so flexibel Dass du ihn dann einfach Auf den Flügel stellst Funktionsloser Topmanager Schreibt Kenne keinen Trainer Der auch nur ansatzweise Mit so vielen Talenten arbeitet Besonders enttäuscht war ich Von Sandro Schwarz Der mit den Jungen Überhaupt keine Verbindung hatte Das war mein größter Kritikpunkt Immer an Sandro Schwarz Der hat ja genau das Gegenteil Von Pahl gemacht Immer wenn Pahl einer war Der gesagt hat Ja Ich setze Wenn beide Spieler Gleich gut sind Auf den Jugendspieler Er hat es genau andersrum gemacht Er hat ja teilweise Wenn jüngere Spieler Besser performt haben Trotzdem auf den Erfahreneren gesetzt Aber dafür brauchst du auch So eine dicke Haut Dafür brauchst du auch Erfahrung Selbstbewusstsein Auch als Trainer Um das zu machen Weil da waren halt auch Viele Spieler dabei Die hatte Fredi Bobic geholt Der ja auch Sandro Schwarz Geholt hat Also wenn dein Vorgesetzter Die alle holt Und du setzt sie alle nicht ein Ist auch immer nicht so einfach Es sind ja auch immer So ein bisschen Politische Positionierungsthemen Aber trotzdem müssen wir Auch erstmal warten Das war jetzt ein Spiel Gegen Schalke Das war überhaupt nicht repräsentativ Ich will jetzt erstmal sehen Wie das gegen Nürnberg Und Paderborn wird Ob da jetzt wirklich Eine Kurve nach oben Vielleicht auch durch den Hype Wieder entstehen kann Oder Ja Auf ein gutes Spiel Mal wieder so ein Spiel folgt War ja in der Hinrunde auch so Auf ein gutes Spiel In Gelsenkirchen Zumindest mal eine sehr sehr gute Erste Halbzeit Dann so ein Spiel folgte Wie in Nürnberg Aber ich finde Wenn man einige Spieler abgibt Dass es neue Möglichkeiten gibt Andere Talente spielen zu lassen Beispielsweise Hoffmann Ich habe ja heute auch ein Video gemacht Könnt ihr euch auch noch reinziehen Wenn ihr es nicht gesehen habt Da habe ich ja auch über Rochelle beispielsweise gesprochen Kempf, Kenny Und natürlich auch die Leihspieler Die wir haben König schreibt Ich glaube in so spielerischen Teams Entwickelt man sich besser Und manchmal verdient man Auf Strecke so mehr Als schnell den großen Reibach Ja das hat Das ist ja auch mein Ding Also ich glaube Dass du mit Spielerischem Fußball Viel Ballbesitz Und Offensivfußball Klar das muss nicht Zwangsläufig immer Das erfolgreichste sein Aber ich glaube Es ist schon was ist Was du brauchst Um aufzusteigen Und das sehe ich Absolut genauso wie Hürzler Der meinte Wir wollen alles Spielerisch lösen Wenn du die Bälle Nach vorne klopst Da wird sich kein Spieler entwickeln Weder ein Jugendspieler Noch ein älterer Spieler Rob Chang Gefühlt ist Reze Der Einzige Der noch aufsteigen will Ja Paul hat ja auch verboten Die böse Presse ist ja schuld Sonst hat ja nie einer Vom Aufstieg geredet Was nicht ganz stimmte Weil Reze hat immer davon geredet Und ich finde es auch gut Auch wenn es am Ende nicht klappt Ich finde es geil Jemanden zu haben Der sagt Ey natürlich will ich aufsteigen Ist doch geil Ich werde doch nicht Nach der Saison sagen Boah Reze Was für ein Quatscher Der wollte aufsteigen Ich will doch sowas sehen Ich will doch sehen Dass der komplette Wille da ist Und wenn es dann am Ende nicht klappt Okay Aber man will doch diesen Willen sehen Zitadellenkind schreibt Es ist doch nicht so Dass ich ein neuer Trainerspieler basteln kann Also muss der zwangsläufig Auf die Talente setzen Außerdem sollte man denken Dass man das im Vorgespräch abklärt Ob der neue Trainer Diesen Weg mitgehen will Ja das muss ins Anforderungsprofil rein Natürlich Ich weiß gar nicht mehr Ob man das Ne da waren wir ja auch noch nicht So auf dem Trichter Aber das haben wir nicht gesagt Bei Sandro Schwarz Dass er auch auf junge Spieler setzt Aber das muss natürlich Ins Anforderungsprofil mit rein Und der weiß ja auch Was er hier vorfindet Kann mir auch vorstellen Dass einige ein bisschen frustriert sind Von dem eindimensionalen Fußball Das definitiv Also das würde ich sofort Auch unterschreiben Hat Bobo langfristigen Vertrag Denke auch bis auf Maser Ganz herzlich Wollen alle auch bleiben Ein Clemens Und Ernst zum Beispiel Sehe ich nächstes Jahr Auch bei uns Und das ist ja schon geil Ja du musst halt auch verhindern Dass jetzt nicht so eine Eigendynamik Sich entwickelt Dass auf einmal dann noch Maser geht Und auf einmal kriegt Clemens Ein gutes Angebot Und sagt Na ja gut Ein Jahr Stammspieler war ich ja schon Jetzt mache ich den nächsten Schritt Ich glaube auch Dass es denen ja gut tun würde Einem Ibo Einem Passi Dass sie noch ein Jahr bleiben Aber du weißt halt immer nicht Was da kommt Und Boris Lum Hat einen längerfristigen Vertrag Und hat ja eine Ausstiegsklausel Von 5 Millionen Da baggern ja einige Englische Klubs wohl Wenn sie den wollen Müssen sie halt für einen Spieler Der noch kein Profispiel bestritten hat 5 Millionen bezahlen Hat Hertha eigentlich Was für Benze bekommen? Ne Leider ablösefrei Reze sollte einen Podcast machen Aber ne mal ehrlich Von der Rhetorik Und Gewandtheit überragen Ja freue ich mich schon drauf Gucken wir uns an Aber wir sollten uns auch mal ehrlich machen Schreibt Rob Chang Jeder neue Trainer Wird junge Spieler einsetzen müssen Denn es gibt ja gar Ja genau Das ist ja die gleiche Kerbe In die eben Zitadellenkind geschlagen hat Hat irgendjemand eine logische Erklärung Für Benzes Entscheidung Geldperspektive Macht alles wenig Sinn Naja Geldmäßig macht Sinn Er ist nicht weit weg Bundesliga direkt Perspektive sehe ich bei Wolfsburg auch nicht so Sie stehen für meine Begriffe Nicht gerade für einen Ausbilderverein Der Jugendspieler spielen lässt Für meine Begriffe war es in der Vergangenheit Über Jahrzehnte ja eigentlich so Wenn da halt ein Spieler nicht performt hat Dann wird ganz schnell in der nächsten Transferphase Einfach ein neuer gekauft Egal wie alt der ist Der wird dann gekauft Der muss jetzt helfen Paule Fein Danke für dein Stufe 1 Abo 20 Monate am Start 20 Monate und immer noch keine Mitgliedschaftsmedaille Das musst du aktivieren Du hast hundertprozentig eine Musst du im Chat aktivieren dann Dass das angezeigt wird Glaubst du an Jungs wie Gottschalk und Boris zu den Herren kommen Das hängt ganz entscheidend davon ab Wer Trainer ist Ich glaube bei der würde den einen oder anderen Nächstes Jahr schon eine Chance geben Es hängt aber auch davon ab Wie die Kadergestaltung fürs nächste Jahr ist Das ist auch ganz wichtig Mein Spreathen Danke für dein Stufe 1 Abo 6 Monate am Start Bin da leider etwas pessimistischer Den vermeintlichen Turning Point hatten wir schon so oft Zum Beispiel auch der Sieg gegen Kaiserslautern Bisher kam Ernüchterung Meistens recht schnell danach Wie gesagt Ich bin ja auch keiner von denen Die sagt Ha Jetzt ist meine ganze Kritik ja obsolet Nach diesem Spiel gegen Schalke Das sag ich nicht Das musst du schon Über eine gesamte Saison betrachten Und nicht an einem Spiel festmachen Sonst könntest du genug Negativbeispiele erstmal direkt finden Ich finde wir sollten uns im Sommer Nach einem Stürmer nochmal umgucken Ich finde Das Tabakowitsch teilweise zu inkonstant Er hat gerade wieder eine geile Phase Aber er hatte auch wieder einen Tief gehabt Wenn du aufstellen willst Brauchst du einen Stürmer Ich glaube aber Dass das Tief teilweise auch an der Spielweise lag Der musste viele Sachen machen Die ihm nicht liegen Denk mal an diese Phase Wo wir gegen Wehen und Kaiserslautern gespielt haben Also sorry Wenn er sich die Bälle am Mittelkreis In unserer Hälfte abholen muss Die verteilen muss Das ist einfach nicht seine Spielweise Das ist ein Spieler Der braucht Flanken Der braucht Bälle von außen Oder in die Tiefe In die Box In den Strafraum Dann hat er auch nicht so eine Wellige Phase Sag ich mal Paul schreibt Tom was sagst du zu der Meinung Ich muss halt diesen wirtschaftlichen Aspekt sehen Wenn da irgendein Championship Club kommt Und eine kleine Millionen Ablöse bietet Und du dieses fette Gehalt loswürst Dich dafür nach einem super Zweitliga-Verteidiger umgucken kannst Der in das System Was wir dann spielen wollen Und passt Fände ich das eine sehr gute Idee Dudziak würde ich trotzdem weiter im Zentrum behalten Und Ist auf jeden Fall eine Idee wert Ich denke das liegt auch daran Ob die Spieler sehen Dass Hertha im Sommer nachlegt Auf dem Transfermarkt Wenn man die Vision zeigt Dass man nächstes Jahr unbedingt hoch will Haben Leute wie Maser vielleicht auch eher Bock Ja Einmal Transfermarkt Aber ich glaube auch ganz ganz entscheidend Was für einen Fußball willst du spielen Und wie willst du das umsetzen Ich glaube das ist manchmal sogar noch entscheidender Ganz herzlich dein Michael P-Punkt Die Akademie soll Hertha 5 Millionen im Jahr kosten Aber so wirklich kommt nichts bei rum Also erstmal kann ich diese Zahlen nicht verifizieren Habe ich noch nicht so gehört Wenn es so ist Nichts bei rum finde ich jetzt ein bisschen Quatsch Also das würde sich ja schon rentieren Wenn jedes Jahr ein richtig guter Spieler kommt Auch wenn du den nicht verkaufst Dann hast du ja einen im Kader Wenn du jetzt Bundesliga spielst Mit Identifikation Mit Weiterverkaufspotenzial Und der spielt bei dir Den du hättest teuer verpflichten müssen Aber ich kann zu der Zahl nicht sagen Habe ich vorher noch nicht so gehört Peppelina Grüß dich meine liebe Danke für dein Prime Abo 25 Monate am Start Danke dir Wird wieder ein Video von dir Über Transfervorschläge im Sommer für Hertha kommen Auf jeden Fall Ich werde jetzt bald erstmal ein Video machen Auch wenn davon nicht alles realistisch ist 10 Wunschspieler aus der 2. Liga Für Hertha Das werde ich diese oder nächste Woche machen Je nachdem wann es mir die Zeit erlaubt Ich habe überlegt Morgen Ich habe jetzt Benni noch nicht erreicht Wir haben uns zweimal nebeneinander Nebenher telefoniert Er hat mich angerufen Ich habe ihn angerufen Mit Benni mal so ein Video zu machen Aber vielleicht ist es auch noch zu früh So ein bisschen Kaderplanung bei Hertha Vielleicht interessiert euch das ja Wir haben morgen den Talk Um 21 Uhr mit Benni Hier auf dem Kanal Bitte kein neuer Stürmer Scherndt muss diesen Platz bekommen Ja Scherndt gehört auf jeden Fall ins Zentrum Ich finde Ich sehe ihn trotzdem nicht als alleinigen Neuner Kommt dann auch wieder aufs Spielsystem an Aber ins Zentrum Erste Chatnachricht Grüß dich Was ist mit Jindaui Solche Spieler die 1 gegen 1 gehen Sind einfach ein Muss auf den Flügeln Wie zum Beispiel Reze Ich habe zu wenig gesehen Ich kann das schwer einschätzen Wenn ein Spieler in der 4. Liga bei uns performt Das sehen wir ja auch bei Christensen andauernd Der eine tolle Quote hat Toll performt Ob der dann automatisch uns auch weiterhilft Die Kurzeinsätze von Nader fand ich ziemlich gut Er hat dann halt keine Chance mehr bekommen Ich weiß aber nicht Ob wenn man sich verstärkt Sich vielleicht sogar noch eine Ecke Oder nochmal ein Regal höher von der Qualität verstärkt Aber das ist für mich schwer einzuschätzen Nur aus dem Ich glaube, dass Jindaui auf jeden Fall eine gute Option ist Ich hätte ihn mir auch das ein oder andere Mal im Kader gewünscht Aber ich glaube, um nächstes Jahr richtig oben anzugreifen Würde ich für diesen Platz wirklich lieber Noch einen richtigen neuen Stürmer holen Aber es kommt Ein Flügelspieler Aber es kommt wirklich darauf an Wie die Kaderplanung ist Wenn jetzt auch ein Ibo Masa gehen sollte Und du hast ja nur noch Polko Und man weiß nicht, was mit Barkok ist Kann ja auch ein Nader interessant für die Zehn sein Findest du, dass Mario es so schlecht für die Zweit-Torwart-Position ist? Ich fand immer, wenn er gespielt hat, hat er nicht gut gespielt Ich fand ihn Also er konnte in der ersten Mannschaft bisher nicht nachweisen, dass er uns hilft Würde das aber jetzt auch nicht so hart bewerten Weil er hat in den letzten Jahren in der zweiten Liga gezeigt, dass er einer der besten Zweitliga-Keeper ist Und er, was ich so höre, ist ja auch ganz wichtig für die Kabine Das ist unfassbar schwer als Torwart, wenn du nicht so die Spielpraxis hast Ich würde ihn jetzt nicht gleich so totreden aufgrund der Leistung Weil wir haben schon bessere Leistungen von ihm gesehen im KSC-Trikot Aber du musst dir im Sommer natürlich die Frage stellen Wenn Ernst Stammtorhüter bleibt Du hast noch einen Goller, du verleihst einen Quasigrochen Da kommen auch noch Torwart-Talente nach Gersbeck wird ja, ich weiß nicht, was der verdient Wenn der das doppelte Dreifache von unserem Stammkeeper verdient Ist da vielleicht auch eine gewisse Disbalance Und es hat vielleicht nicht den Mehrwert für uns Ich finde immer noch frech, wie Ibrahim die Chance in der ersten Mannschaft immer noch nicht gibt Paul meinte, er hat keinen Hacken, lässt ihn aber Ja, also es ist auch sehr schwer einzuordnen Ich finde ihn nicht gerade gut in der U23 Aber ob diese Liga und Spielweise etwas ist, wo er sich entwickeln kann Ist dann halt wieder eine andere Frage Hoffe, Gustav explodiert noch, ist ein sympathischer Typ Du, die Anlagen finde ich toll Alles Mögliche, was ich in der U23 sehe, überzeugt mich komplett Aber wie gesagt, Scherhand überzeugt mich da auch komplett Da spielt er ja auch zentral Was für mich auch seine Position ist Aber ja, ist dann halt nochmal ein anderer Schnack Wie die Norddeutschen sagen, wenn du dann in der ersten Mannschaft performen musst Weiß aber auch nicht, was mit ihm kommuniziert wurde Aber das erste Interview war natürlich fatal für die Entwicklung jetzt Also du meinst die Pressekonferenz, wo Paul Dardai über ihn gesprochen hat Soll er auf jeden Fall, wie ich es mir schon vermutet habe Der erste eingeleitete Timon Pauls Transfer gewesen sein Der unter anderem auch Spieler wie Zirkzee, Davis und Co. entdeckt hat Wird ihm zumindest zugeschrieben Für mich liegt der Hauptgrund unserer Inkonstanz immer noch in der Mannschaft Selbst junge, neu zusammengestellte und unerfahrene Mannschaft Da macht es in manchen Spielen keinen Unterschied, wer da an der Seitenlinie steht Spieler müssen auch in der Lage sein, selber Spielsituationen erkennen Naja, aber ich würde da schon sagen, man sieht ja, das hat ja Paul Dardai selber gesagt Die jungen Spieler machen ja nicht die Fehler, sondern eigentlich die, die vorangehen müssten Und ich finde, viele Fehler in vielen Spielen sind auch begründet in der Passivität, die wir an den Tag legen Ihr dürft es nicht vergessen, auch gegen Schalke hatten wir gegen ein fußballerisch sowas von limitiertes Schalke 40% Ball besetzt Es ist jetzt alles gut ausgegangen, weil Schalke auch die Fehler gemacht haben Weil wir die auch ausgenutzt haben Aber lasst mal wieder an Eintracht Braun schweigen Wir in Wiesbaden, Kaiserslautern kommen Was ist dann unsere Idee, wenn wir mit Ballbesitz umgehen müssen? In den letzten Wochen hat zum Beispiel auch Christian Fiell Das kann auch an den Gegnern liegen Mit Nürnberg auch ziemlich defensiv orientiert gespielt Ich bin gespannt, wie sie es bei Hertha machen Aber wenn sie das dann auch wieder so machen sollten Dann brauchen wir auch eine Idee mit dem Ball Aber es kann sein, dass sie sich gegen uns dann mehr trauen Das war jetzt vor allem auch gegen St. Pauli Bradley ist für mich ein junger Bucher Mit halt noch mehr Tempo Neben Passiv wäre er bestimmt gut aufgehoben Ich glaube halt auch, dass ein Bucher Larkes Ich finde ihn ja nicht so schlecht wie viele von euch Auch wenn er viel zu viele Fehler macht, darf ihm niemals passieren Aber dass ein Bucher Larkes In der zweiten Mannschaft auch nicht gerade Sonderlich performen würde Sieht es bei Maser jetzt eigentlich mehr nach Abgang im Sommer aus? Ich würde sagen, minimale Tendenz mehr zu Abgang Auch wenn Plettenberg was anderes geschrieben hat Aber ihr wisst, wie das Fußballgeschäft ist Sowas kann sich täglich ändern Und das kann sich auch mit den restlichen Ergebnissen in der Saison noch ändern Wenn er das Vertrauen hier bekommt Er hat ja auch gesagt Ey, ich kriege hier so viel Vertrauen Ich darf hier Fehler machen Die Mannschaft steht trotzdem hinter mir Glaubst du, Toni verliert jetzt seinen Stammplatz? Also aus meiner Sicht Ich mag Toni Leistner sehr Wenn ich nach Leistung aufstellen würde Würde er bei mir derzeit nicht spielen Vor allem wenn auch noch Kempf wieder zurück ist Würde ich fast Also kommt auf Kempfs Form an Kempfs Form gegen Fürth neben Clemens Wo beide von sich gegenseitig profitiert haben Würde ich Clemens auch vor Leistner sehen Brighton ist schon verlockend Finde ich Ja, dann sollen die mal Wie hat Quasinjok mal gesagt Wir stehen nicht auf Kleingeld Wir stehen auf Scheine Erstmal hat der auch noch Vertrag bis 26 Also wir haben immer noch alles in der eigenen Hand Das ist auf jeden Fall eine viel, viel bessere Situation natürlich Als bei Benze Dardai Wo das ja einfach nur bitter ist Und einer seiner direkten Konkurrenten Ist schon weg mit Benze Dardai Wobei ich schon glaube, dass Ibo Maser da Sogar auch vor ihm steht im Ranking Was auch verdient wäre Bei den Leistungen, die er in den wenigen Einsätzen Die er in der ersten Mannschaft hatte Bisher gezeigt hat Ich glaube, bei Bucher ist das verfluchte Erste Jahr Ich denke, nächste Saison wird er umbringen Ich sag nur Kenny Ich sag mal Bei Bucher Ich hab das schon vor oft gesagt Ich glaube, in so einem Spielsystem wie von St. Pauli Würde der viel besser performen Könnte mir auch diese Rolle von Eric Smeet ungefähr Falls ihr wisst, was ich meine Würdest du mal eine Dreierkette spielen lassen? Aus meiner Sicht kann man das mit dem Kader Da brauchst du aber dann auch Ideen Wie du es umsetzen willst Und nicht einfach sagen Wir spielen jetzt Dreierkette Und die Spieler sind noch weniger darauf eingestellt Und wissen noch weniger Wie sie Lösungen finden im Ballbesitz Aber ist mit dem Kader auf jeden Fall möglich Aber im Moment würde ich es glaube ich nicht mal machen Also ich sehe im Moment keinen Grund dafür Ganz herzlich Da du halt auch auf der rechten Seite Einen Kenny hast, der gut drauf ist Und der würde bei mir In der Dreierkette auf jeden Fall wegfallen Weil ich ihn weder als IV dann einsetzen würde Noch als Schienenspieler Marv BLN Danke für dein Prime-Abo Zweiter Monat am Start Das ist der DFB-Pokal Gechter und Marthorn müssen einfach mal Auf längere Zeit gesund bleiben Dann sind wir sowieso das beste IV-DU, was wir haben Auch in Bezug auf Weiterverkaufswert Ich glaube auch Ich finde auch, dass Marthorn Der ja immer viel kritisiert wurde Auch zu Recht auf der Sechs Jetzt gezeigt hat Warum er damals In seiner ersten Saison für Hertha Wo er nur ein halbes Jahr gespielt hat Zum besten Spieler der Saison von uns Hertha-Fans Gewählt wurde Ibrahim war bei Arsenal im Oh, warte mal Sabri ruft gerade an Was geht? Extreme gerade Ich weiß, deswegen rufe ich an Was los? Ich habe gesehen, dass du Irgendwann die Doku guckst, oder? Ja Wann fängst du an damit? Gleich Zehn Minuten Fünf Minuten Okay, okay, okay Guckt ihr euch an? Ich will gar nichts vorher dazu sagen Ja Aber falls du dazu dann Fragen hast Okay, wir sehen uns gleich Ich setze mich dann kurz ins Setup Dann können wir drüber quatschen Dann können auch die Leute ihre Fragen nochmal stellen Ich denke, es würden Fragen kommen Und dann kann ich auch vielleicht nochmal Die Idee dahinter und so weiter und so fort Okay, ich bin gespannt Aber dann freue ich mich drauf Und Freue mich drauf Aber Bleib ganz ehrlich Du kannst deine komplett ehrliche Meinung sagen Kann ich dich jetzt endlich zerstören? Du kannst mich natürlich zerstören Aber ich denke mal Der Chat wird auch diese Fragen haben Okay Oder vielleicht holen wir Ja, ich hol dich gerne rein Das ist heute sowieso Ein Gute-Nacht-Stream Komm rin, mein Lieber Wir haben sowieso viel zu lange nicht gestreamt Ja, gerne, gerne, gerne Dann fangen wir doch jetzt Okay, ich rufe Jetzt kann ich nicht Ich bin verabredet jetzt Ich mache jetzt einen Daten-Stream an Aber dann mache ich so Danach rate ich dich Ja Und komme zu dir Hast du irgendwann Das hört sich doch gut an Wir gehen jetzt einfach direkt rein Ich stelle dir die Show eh schon Ich habe den in Ist ja klar Wird da wahrscheinlich wieder ein paar Leute zum Tauchen bewegen Hoffen wir, die tauchen auch wieder auf Im wahrsten Sinne des Wortes Ich mache hier mal eine Sprachnotiz Hier von euch aus dem Chat Wir streamen gerade, Alter Es gab so eine geile Maskottchen-Aktion In der neuen Hertha-Doku-Folge Viel Spaß von mir Und dem Chat Nach Curaçao Du abgehobenes Schwein Guten Appetit beim Bier Oh, da ist er ja Ein Licht fehlt Warte, warte, warte Ja, ich habe ihn noch nicht umgeschaltet Ich muss hier erstmal einstellen Ganz entspannt Yo, 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 yo Du hast gerade so eine entspannte Gute-Nacht-Erzähler Grüß dich, schön, dass du mal wieder da bist Dass wir es so spontan schaffen, sonst schaffen wir es ja nie Ja, achso, ey Bei mir ist es versetzt bei dir, deswegen sehe ich immer, es dauert immer bei mir Ja, 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 welcome, welcome, Freunde Schön, dass ich mal wieder hier sein darf Oder besser gesagt, dass wir es mal wieder geschafft haben Uns zu connecten Ist ja immer nicht so ganz einfach Das stimmt allerdings Hast du den Chat offen? Ich hab den Chat offen Wir können entweder so Interview-Format mäßig machen Erstmal kann du und ich ja mal kurz sprechen Und du sagst dir mal deine Meinung erstmal Und wie du es fandest Du hast ja kurz schon am TV was gesagt Pass auf, ich finde Ich würde jetzt Ich hab mir die Kommentare jetzt nicht durchgelesen Ich wäre niemals auf die Idee gekommen Dass es jetzt irgendwie dazu kritische Stimmen gibt Ich bin einfach so, ich finde es einfach richtig geil Wie Hertha TV Alle möglichen Leute, die Hertha repräsentieren Mit einbindet in diese Doku Finde ich richtig geil Und es ist aber klar Also rein theoretisch jetzt Würde ich mich auch davor sträuben Persönlich bei Hertha TV zu landen Weil ich will gar nicht wissen, was dann An, sag ich mal, negativen Sachen los ist Das ist halt immer das Problem Wenn du auf deiner eigenen Plattform bist Dann sind ja meistens da auch Leute, die dich mögen Oder sie gucken halt nicht jedes Video sich an Wenn du woanders hingehst, wo du quasi vorgesetzt wirst Dann kommt sowas immer Das hatte ja Benni Grund bei Ed Browski neulich auch zum Beispiel Also ich weiß nicht Was ich auf jeden Fall geil fand Als das erste Mal dieser Ton kam Ich dachte einfach Du hast mich, kennst du noch Bernd das Brot bei Kika? Ja Das hatte miese Vibes da Weil du dazu sagst Pokalfinale Ich dachte echt, wie bei Bernd das Brot gelandet Okay, okay Ja, ja, ey Kuss erst mal für alles, was du gesagt hast War ja jetzt an sich nur positiv Du hast jetzt auch schon direkt so auf die Kommentare Und alles drum und dran Ich wollte nur Ich wollte einfach nur von vornherein sagen Geht da ganz objektiv ran Aber ich wollte nur direkt mit dir sprechen Weil es mich auch interessiert, was du davon hältst Du bist ja schon Du bist ja auch Herr Tana lange dabei Die Stars, alles drum und dran Und Ich kann dir erzählen, wie das entstanden ist überhaupt Weil alle Ich glaube, diese Perception gilt immer Gerade wenn sowas wie eine Doku kommt Dass Leute immer denken Das ist the highest professional thing Weißt du Das ist so richtig hochklass Gerade geil produziert Und die hatten ja jetzt einen Monat Zeit Das muss ja also Zwei Monate Zeit Das muss ja jetzt richtig Geil geplant und perfekt abgelaufen sein So, weil Man denkt das ja einfach so Wenn man ein Produkt vor sich sieht Das wird im Kino gezeigt Wie auch immer Dann denkt man, okay Eigentlich So, keiner sieht ja den Struggle Den jetzt Hertha TV hat Oder den wir jetzt hatten Oder alles drum und dran So, ich kann aber euch mal ein bisschen Weil Ich hab's bei Ich hab's bei The Life of Splash erzählt Alles, aber guckt ja halt nicht jeder Herr Tana Dann kann man ja auch nicht erwarten Dass jeder jetzt weiß Was im Hintergrund da abging So Ähm Erstmal zu der Doku Wie es überhaupt dazu kam Wie ich überhaupt So Den Das Wie wir darauf kam Dass ich da jetzt mitmache Weil eigentlich war der Plan Okay, wir machen Das wird irgendwann noch kommen Das Elversberg Spiel Hatten wir uns schon vor der Saison ausgesucht Weil wir ja diesen Vlog gemacht hatten Im Olympiastadion Der kam ja auch voll positiv an Da haben wir gesagt Ey, Elversberg Wäre mal wieder so ein geiles Spiel Keiner kennt dieses Stadion Ist so komplett am Arsch Und da wird eh keiner sein Jetzt auch noch Sonntag Genau Jetzt auch noch Sonntag Das heißt also Es wird alles sehr tough Und das wird alles sehr tough Und dass wir was bei The Evil Stad Chad weiß ja bestimmt Dass ich bei fast jedem Spiel bin gerade Oder nicht fast Bei jedem Spiel bin Du bist ja gerade Machst ja die 34er dieses Jahr 34er, genau Äh Und Also ich will kein Auge drauflegen Ich zieh's halt durch Und dann war ich überall da Ne Aber Elversberg War also der Plan eigentlich da Doku Einbindung Splash Bruder Das macht Sinn Das kennen wir schon Das haben die Herr Tana auch gefeiert Dass ich das gemacht habe Und Da mach ich aber so Äh Einzelnen Chat mal Wer kennt alles Wer hat alles Die Prime Doku von Deutschland geguckt Ist ein bisschen verzögert Ja ja alles gut Keine einzige Eins Das könnte auch sein Keine einzige Eins Das könnte auch sein Das sind ein paar Leute schon zu schlafen Diese Goddamn Barts Oh zwei Zwei Eins Alright Alright Ne jetzt komm Es ist wirklich sehr versetzt Also ich hab auch gemerkt Ja jetzt 30 Sekunden oder so Übelst spät an Okay okay Also Der Joke war Das ist krass verspätet Okay okay Der Joke war nämlich Ich hab zu denen vorher gesagt Ey Lass uns doch einfach Einen Monat Als Easter Egg aussuchen Wo ich die Doku So spreche Wie Belaretti Die Doku gesprochen hat Bei Deutschland Sollte so sein Okay Genau Und deswegen starten wir die auch Das ist sehr Easter Also sehr versteckt sozusagen Und es ist schwer Sofort zu verstehen Was der Plan dahinter war Ich hätte es auch nicht gefallen Genau hast du ja auch nicht Die erste Line nämlich Wer sich die Wer sich die Doku Diesen Trailer anschaut Dann geht das auch so los Mit Diese Geschichte Könnte von einem Wunder erzählen Das haben wir ja so wirklich So extra So eins zu eins So Referenzmäßig Referenzmäßig Und auch funny Also was heißt auch funny Als Splashbruder macht das Und mein Ziel war halt Ich mach das Aber ich werde Wir werden das auch Wirklich im Belaretti Style Durchziehen Weil mein Ziel war es auch Dass der normale Herthaner Dann einfach denkt Okay das ist irgendein Irgendein Sprecher halt So weißt du Ja Und dass der sich Der mich nicht kennt Einfach der sagt vielleicht so War ja ganz cool so Okay Das war so der Plan Dann haben wir Ein Studio organisiert Weil ich wollte auch Dass wir das im Studio aufnehmen Dass wir das Geil machen Und alles so Und dann haben wir Studie gemietet Alles Also nicht gemietet Sondern wir haben das alles geklärt Die Leute Bei denen wir Das aufgenommen haben Sind auch Die gewesen Die dann den Sound Abgemischt haben Am Ende Die Silk Rock Also Grüße gehen raus Die haben das zur Verfügung gestellt Aber es war Kein Soundingenieur vor Ort da Und wir saßen Von Also ich hab so Zwei Stunden An dem Tag Schlafen gehabt Das war der Freitag Vor ein paar Wochen So Ich komm ja schon So gar nicht klar Gerade aktuell So richtig Mit meinen eigenen Sachen Gar nicht voran Und es ist so viel Dass ich schon selber Wirklich gar nicht mehr Weiß wo links und rechts Aber Hertha war mir so wichtig Und ich war so Ich muss das hinkriegen Und genau so wie ich mir Die ganze Zeit dachte Ich muss das hinkriegen War auch wirklich Hertha TV Die müssen das hinkriegen Die waren Also ich kann euch sagen Es war Panikmodus Also weil Wir müssen das bis Mittwoch Fertig kriegen Diese Ihr könnt euch nicht vorstellen Das ist ein riesiger Stuff Das ist so eine Doku Auch überhaupt zu machen So ne Das ist so viele Sequenzen So viel Cutting So viel Vorarbeit So viel Nacharbeit Und das ist dann so Bernhard Dustin Jakob Drei Leute Drei Leute Die sind wirklich Wort für Wort gefickt Wirklich so Schon mal die Wie die arbeiten aktuell Und wie die schlafen Und wie deren Leben ist So alle Alle Also ich hab jetzt Auch bestimmt Den einen oder anderen Nicht direkt genannt So aber So damit man nur schon versteht Die sind wirklich Am ackern Es ist fuck Die kommen auch nicht ganz klar Und das ist sehr funny Natürlich auch Ich hab ja viel jetzt Dahinter geschaut Und so Und wie das alles Ich war ja auch Ich bin auch riesen Fan Von der Doku an sich Deswegen wollte ich das auch Unbedingt machen Und hab das so Angestoßen Dann waren Dann waren so Okay Ähm Auch generell vorher Wir waren so Der Dezember Ich mein Wir haben vor dem Dezember gesprochen Wir waren so Ey der Dezember Könnte geisteskrank Geil werden Könnte das so scheiße werden Wir hatten schon so Angst Weil es war Die Spiele waren ja gar Wir wissen ja Wie der Dezember war Und dann kam der Dezember Perfekt Wie er kommen sollte So ne Und Naja Auf jeden Fall Gehen wir ins Studio An den Tag Wir mieten das Freitag morgens Ich hab Ich hab Das Material Ihr müsst euch vorstellen Ich bekomme Das finale Material Hab ich bekommen Am Donnerstag Abends Oder am Donnerstag So Am Freitag Nehmen wir auf So Das finale Projekt Hab ich so Am Donnerstag Am Freitag Nehmen wir auf Und auch da war Das Projekt Natürlich noch nicht Final Final Dass jetzt nur noch Das Voice Talk Sondern wir mussten halt Viel Freestyle Das war sehr eng Der Zeitraum Weil der Kinotag Das ist immer auch Ein Hustle Ist jetzt nicht so Ihr wisst ja Hertha Ist jetzt nicht so Bayern Dass wir jetzt sagen Ey wir mieten Ein Kino Und wir zahlen Noch extra On top Der Helikopter Bringt alles vorbei Free essen Und trinken Für alle Kommt vorbei Holt Weißt du so Auf den So sind wir ja nicht Wir müssen Das regeln Irgendwie Dass es passt Und dann ist es halt Einfach ein Datum gewesen Ich war schon so Direkt als Datum war Ich war so Werner willst du mich verarschen Du willst du mir jetzt Für dieses Ding Willst du mir so Eine Woche Vom Ding her nur Dann Ich Aber scheiß drauf So Ich schaff das so Positiv Mit Niklas Wir beide so Ey das wird geil Wir kriegen das hin Scheiß drauf Lass mich fertig machen Ich sitze bis 5 Uhr morgens An dem Skript bisschen Such mir alle wichtigen Themen aus dieser Doku raus Was ich für Eckdaten Sagen will Wo und alles drum und dran Und dann Sind wir im Studio Also ich hab mich schon Ich hab 9 Uhr Niklas abgeholt Wir sind um 10 Uhr im Studio gewesen Haben um 12 Uhr angefangen aufzunehmen Haben durchgezogen Komplett Bis 1 Uhr nachts Haben wir aufgenommen dort Und haben gescriptet Und haben gesagt Was wählen wir für Worte Alles drum und dran Passt alles Wir gehen nach Hause Denken uns Jackpot Wir haben es geschafft Ich bin schon so Oh Digga Das war so ein Stress Blablabla Aber Drabby Wir haben das Studio aufgenommen Blablabla Montag Meldet sich der Soundingenieur Montag Sagt Sagt alle Aufnahmen Für den Arsch Alle Aufnahmen Sind für den Arsch Keine Ahnung Was mit den Aufnahmen Los war Da ist der verrückteste Hall Wir checken nicht Wir checken nicht was abgeht Wie konnte das so passieren Wir hatten halt keinen Soundingenieur vor Ort Der es zu aufnehmen Kontrolliert hat Aber wir müssen überlegen Ich habe das in einem geilen Studio aufgenommen Eigentlich müssen die Aufnahmen Ihr hört ja Meine Stimme ist hier ganz crispy Das heißt die Aufnahmen Müssten eigentlich noch mal 10 sein Abgemischt Mal 20 so Aber das Ich erzähle euch jetzt Was dann passiert ist Oder besser gesagt Am Dienstag Am Dienstagmorgen Habe ich das so auf meinem Handy So gefühlt gesehen Und dann musste ich Am Mittwoch ist es ins Kino gekommen Musste ich am Dienstag Bis nachts Nochmal die komplette Doku Von meinem Zimmer aus Drüben auf der anderen Seite aufnehmen Und Das Einzige Was wir so halbwegs retten konnten War Weil dann Das klang so als ob Du hast ein Dixi-Klo Aufgenommen hast Das waren diese Szenen Von HSV Weil das zu viel war Ich habe es nicht hinbekommen Weißt du was geil ist? Ja Dass noch Leute reingeschrieben haben Wer war denn das? Rob Chang Er sagt so Ich finde es geil Es hat diesen Wunder von Bernflavor Als ob es so mit Absicht Wir haben es dann Noch viel härter Also der Schall wurde Übertrieben dann nochmal Weil wir wussten ja Ich kann euch die Aufnahmen Könnte ich euch die zeigen Wie die klangen Nur ohne Effekte Da war dann nochmal Extra extra hall drauf Dass es so diesen Stadionsprecher-Flair hat Das war dann so Das Ziel dahinter Aber Alles Alles was so diese Normale Sprecherstimme war Das hatte ich Übelst nice eigentlich Im Studio aufgenommen Musste ich komplett nochmal Neu hier Letzte Woche Dienstagabend Und dann kommt noch dazu Ich hatte Also Zum Beispiel Ihr habt ja Ihr habt ja bei HSV gesehen Dass John Joe Kennedy Das Tor geschossen hat Wenn ich das nur So ansatzweise In meinem Mir war wichtig Dass ich nicht zu viel Ich hab wirklich Auf viele Sachen gedacht Keine Anglizismen Keine Ich wollte wirklich Diesen Genau den Der dann am Ende Gehatet hat So in diesen Kommentaren Den wollte ich eigentlich abholen Die Zielgruppe 65 plus Oder 50 plus Dass du sagen kannst Der ist doch eigentlich Ein sympathischer So hey Der benutzt gar keine Anglizismen Und alle die Splashbruder kennen Die sind so Bruder Wieso redet der so ernst Was ist so Wieso Also Weißt du So vom Ding her So auf Ernsten Ja so gekünstelt auf Ernst Es war ja eine Rolle Die ich dann wiederum In diesem Moment so Gespielt habe So für diese Doku Diese Rolle Belareti So mäßig Vom Ding her So was der Plan war Aber es ist ja klar Dass das nicht jeder checken kann Und vor allem auch nicht Die Fuck-Ups Die dahinter Trotzdem Bin ich ja extrem dankbar Für alles Und es hat mir trotzdem Es war voll die lustige Erfahrung Wir haben uns übelst oft Auch totgelacht Während der Aufnahmen Natürlich Weil Wir haben uns totgelacht Und ich muss danach So diesen Pokalfinale Weißt du Die haben sich auch Da wirklich totgelacht Also es war Hilarious shit Zum Teil Wie wir uns totgelacht haben Ja da muss ich mir nochmal Die Da muss ich mir nochmal Die Deutschland-Doku reinziehen Dass ich die Referenzen Auch besser checke Aber bist du selber Unzufrieden jetzt am Ende damit Oder Warum wolltest du das erzählen Oder Nein Ich hatte gar nicht so Ich hab nur gesehen Dass du es gesehen hast Und ich war so Okay ich will mit dir sprechen Ich will auch Guck mal Meine Frau war so Direkt Weil ich bin einer Übelst geil Es war Gänsehaut Also es war auch Das hab ich auch viel bekommen Fabi hat sich extrem bedankt Meinte es war todeslustig alles Und Nein Es hat gepasst Dies das Aber ich wollte halt einfach nur Und hier in der Community Sind vielleicht auch Der ein oder andere Der sich dachte so Wow Hat jetzt mir auch nicht so gefallen Und so Dann wollte ich einfach nur Ein bisschen so quatschen Tatsächlich Mehr eigentlich nicht Vielleicht mir auch so ein bisschen Diesen Stress So ein bisschen einfach Es hat mich schon ein bisschen genervt Weil Ja verstehe ich Aber Weil du weißt Ich bin jemand Der 34 Also der alle Spiele macht Der Der mit der Szene auch viel unterwegs ist Dem Das wichtig ist Dass man genau diesen Genau diesen Unterschied Zwischen Ja Ich bin kein Influencer für Hertha So Sondern ich bin Ich liebe das Und ich will das so Ich will das geil machen Ich will das pushen Ich will Ich will diesen Projekt Hertha TV Einfach helfen Also so weißt du Supporten so In dem Sinne Mit dem Was ich kann Das ist nun mal meine Stimme So mehr oder weniger Und Das war eigentlich Eigentlich war es eine coole Idee Leider ist es nicht genau so geworden Wie ich es mir gewünscht habe Trotzdem war ich am Ende Happy Weil wir haben das Beste Wirklich draus gemacht Was wir dann am Ende machen konnten Und Es ist nur mal wie es ist Also Mehr oder weniger Weißt du Also ich glaube Ich weiß genau was du meinst Weil Das wäre auch immer meine Angst So Wenn ich mal was mit Hertha TV mache Weil das ist genau der Unterschied Was du gerade sagst Ich glaube wenn du jetzt zum Beispiel Was für Run machst Oder für Keine Ahnung was Und da sind dann Meinetwegen 50% Kommentare Negativ Denkst du Das ist mir doch scheißegal Dann sollen die doch sagen Aber wenn man dann über Hertha Was macht Dann trifft einen das halt Weil man das ja So aus Liebe eigentlich macht Und so denkt Irgendwie Keine Ahnung Die Kommentare Das tut einem schon Weh Weil du bist ja auch Ertaner durch und durch So wie wir alle Oder ich auch Und ich kann das voll nachvollziehen Wenn ich zum Beispiel Ich sag dir mal ein Beispiel Wenn ich jetzt zum Beispiel Auf diesem Knife Kanal bin Wo ich mit Nico Über allgemeine Themen rede Digga ist mir voll egal Wenn einer einfach schreibt Was für ein Idiot Wenn ich gerade über BVB schlecht geredet habe Oder Stuttgart Oder was weiß ich Weißt du Dann bin ich mir so Ja klar Hatet mich halt Ist mir wirklich egal Ich lache darüber Aber bei Hertha Tut es einem schon immer So ein bisschen weh Wenn man ehrlich ist Also ich sag dir ehrlich Es war jetzt nicht so ein Dass es mir so richtig weh tut Oder sowas in der Art Sondern Ich Mein Ziel war es ja wirklich Genau Wie gesagt Es war genau auch Den normalen Hertha-Fan Versuchen So diesen Diesen auch Der so stramm sitzt Vielleicht auch den Versuchen abzuholen Du kannst nicht alle abholen Du kannst eh nie alle abholen Ich kenn das Ich bin in diesem Business Ja jetzt auch schon lange genug Und bei mir sind Wenn du überlegst Als ich angefangen habe Haben alle bei mir So was geschrieben wie Es gibt ja in Berlin Noch ein Es gibt ja andere Voice-Over-Menschen Dann haben die so was geschrieben Wie So was musst du ja klarkommen Das ist ja Kritik Die du bekommen wirst Und Ja Das gehört halt einfach Zum Game dazu Ich wollte tatsächlich einfach Ich sag dir mal eine Sache Ich sag dir mal eine Sache Ich persönlich Aber das ist ja immer Geschmackssache Hätte es mehr gefeiert Wenn du immer so bist Wie in den Videos Weil das halt einfach Genau mein Humor ist Und ich das übelst abfeier Aber ich verstehe natürlich Dass du sowas auch nicht Du kannst sowas nicht Über die Strecke Auf eine Doku machen Alter Dann Diese Zielgruppe Das kannst du einfach nicht bringen Du kannst ja nicht Amener Amener und was weiß ich Alles sagen Ja Kann ja gar nicht Kann ja auch überhaupt gar nicht Sondern es war so Voll in die Fresse Hab ich glaube ich einmal gemacht Und es gab Ey es gab wirklich Gerade diese Commentary Sachen Waren eigentlich mies funny Und wenn Wenn das gut aufgenommen wäre Wäre das krass gekommen Weil das wäre dann so gekommen Wie Dieser Kommentator aus dem Fernsehen Ich hab dann auch in Ihr müsst euch überlegen Ich hab dann in vier verschiedenen Sprachen Das Tor von Kenny extra aufgenommen Aber das klang dann so kacke Das hat man überhaupt nicht gerafft Was da dort abging Und ich hab's in vier Sprachen aufgenommen Damit man dann so Diesen Kennt ihr das beim Dart oder sowas Es gibt viele Sportarten Wo man dann so die Kommentatoren Aus den anderen Ländern hört So wenn das Mikel gewesen wäre Dann hätten wir da vier verschiedene Stimmen Kurz gehabt Wo so als ob jetzt Kennt nicht diesen Tor Als ob jetzt so die ganze Welt So das John Joe Kenny Maschallah Maschallah Weißt du so Und so So eine kleine Easter Eggs Aber durch den Mix Also der Sound Mix am Ende Das hat leider nicht Das haben wir leider nicht so perfekt rumgekommen Dafür kann ich euch schon mal sagen Es kommt noch ein Voice Over Was ich noch machen werde Wenn ich so schnell wie möglich halt Was auch noch mal ein bisschen Für die Doku Noch mal pushen soll So Und achso Was ich auch noch sagen wollte Ich check auch Gerade weil die ersten fünf Folgen Ohne Sprecher waren auch Dass sich der eine oder andere denkt Ey die Ästhetik Die mir gefallen hat Aus den ersten fünf Folgen Äh die Die hab ich jetzt hier nicht mehr Sozusagen Das gibt mir so einen anderen Vibe Das fühle ich nicht so Oder sonst Das kann ich Das check ich auch komplett so Weil ich bin auch immer kritisch Bei Musik Bei allem drum und dran Deswegen Fair enough Jeder kann ja wirklich Seine eigene Seine eigene Wie sagt man Seinen eigenen Humor Wie er den Stil mag Du sagst ja auch zu mir Ja Sabri Es wäre geiler gewesen Wenn du mehr das und das gemacht hättest Wir hätten es auch so machen können Dass ich gar nicht die ganze Folge spreche Am Ende haben wir gesagt Wir machen das so wie die Prime Doku Und die Prime Doku Wird ja durchgängig von Bela Reti Besprochen haben Wollten wir das in einer Folge halt so haben Und Leider konnte ich da nicht Dieses Was ich wollte war Dieses Maximum High Quality Und genau das konnte ich halt da nicht bekommen Weil Ich Scheiße ja bei meinen Videos Zum Teil mache ich ja extra Stelle ich meinen Meinen Mic so hin Dass ich das jetzt komplett übersteuern werde Das scheiß Das mache ich mit Absicht so Und ich starte leise Und gehe Crazy so Das geht ja alles nicht In diesem Kino Das sollte so ein schönes High Quality Meine Stimme Sollte in der Aber Mehr als Das haben wir jetzt sozusagen nicht bekommen Wir haben diese Stimme bekommen Weniger sogar Weniger sogar Mäßig Guck mal Dings schreibt Nimm uns Splashy Fanboys Bitte nicht übel Dass wir hoffen Splashy zu bekommen Wo Splashy draufsteht Du gehörst In eine Hertha Doku Und Wie gesagt Das finde ich ja jetzt auch Also mich hat es null gestört Ich hätte niemals deswegen gesagt Finde ich irgendwie nicht gut Oder so Ich weiß nur Dass ich das andere Noch viel mehr feiere Und das ist ja eigentlich Eine geile Sache Dass du schon so eine So bist du ja eigentlich So wie in deinen Videos Bist du ja eigentlich Und das ist doch geil Dass die Leute Dich so sehen wollen Und das denen schon Vor den Kopf stößt Wenn du versuchst Auf ernst zu machen Weil die Leute Dich so eigentlich feiern Wie du bist Und das ist dann für sie ungewohnt Das heißt Du bist schon eine richtige Marke Ist doch geil Ja wie gesagt Das ist mir auch Ehrlich gesagt In diesem Bezug Total egal sogar Weil Es ist genau Ich hatte da einen Plan gehabt Das war meine Idee Die habe ich an Land gebracht Und leider konnten wir die Nicht so executen Wie die am Ende Ich mir die gewünscht hätte Aber Ich weiß Dass trotzdem Sich Leute freuen werden Da meine Stimme gehört zu haben Und es gab auch ein paar Stellen Die waren übelst Ich würde sagen Auch nice Einfach Auch wenn es sozusagen Eine gespielte Rolle war Es ging ja darum Dass ich eben Dieser Neutrale bin In diesen Situationen Aber während des Games War ich halt total unneutral Und hab übelst härter Nur gepusht Aber dadurch Es hat Es kam leider Es hat leider Nicht perfekt funktioniert Aber Trotzdem bin ich Wie gesagt Dankbar Und ich glaube Ich finde es geil Ich finde es geil Dass du dabei bist Du gehörst da auch rein Genau Es wird auch Es wird auch Leuten gefallen Bin ich mir sicher Es wird Es gibt jetzt nicht nur Diesen Diesen Herr Tana Der sich denkt Wer ist das Habe ich jetzt Keinen Bock drauf Oder sowas Aber was meinst du Was los gewesen wäre Wenn du so wärst Wie in deinen Videos Was meinst du Das wäre mehr noch gewesen Genau Dann hätten die Leute gesagt Dass die Jugend heute so spricht Unmöglich Genau 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 Deswegen Ist es glaube ich Schon trotzdem so In Ordnung Und jeder Der sagt So ey Ich hätte lieber Ohne Sprecher Es gab So Pech Leider Ist jetzt so Das war das Easter Egg Das war die Idee Von Anfang an So Und Aber was gab es denn Gab es irgendwelche Art von Kommentaren Ohne denen jetzt hier So viel Aufmerksamkeit Schenken zu wollen Was sich so am meisten Gestört hat Sag ich mal Nein Es waren einfach Ein paar mehr Und die haben dann auch Likes bekommen Weißt du Es kommt ja Du checkst ja noch immer Bekommen die dann Likes Oder sind es so Einzelstehende Leute Sondern da sind immer dann Leute auch ein bisschen Dahinter Aber wie gesagt Es ist wie immer So bei mir ist normalerweise So ich bin auch da So ein bisschen Zu Wie sagt man Zu verwöhnt vielleicht So bei mir ist normalerweise Echt wenig Prozent Die sich beschweren Aber wenn ich woanders Auftauche Dann natürlich immer mehr Ist normal Bei The Zone Bei egal was Juckt mich das wirklich Auch null So wie du sagst Bei Hertha Man ist schon so Der ist es ja der Wir sind doch eigentlich Beides Fans Wir sitzen beide da Wir sitzen beide Fans Und du findest mich scheiße Ey das kann nicht sein Ich sitze Ich bin da seit Seit 14 Spielen Alle Heimspiele geführt In der Auskurve Zur Reihe so Und raste komplett aus Ganz schlechtes Wort Nur Hertha Weil die Hälfte Meiner Storys Besteht nur aus Hertha Wo ich dafür Nichts Also es ist nur Liebe So Und Aber Ey Wie gesagt Ich küsse jeden Der es gefeiert hat Ich küsse auch jeden Der seine erdliche Meinung Sagt Und sagt Ey das war jetzt Nicht so ganz meins Aber Diese Dokusache Ist extrem geil Und das daran gearbeitet Zu haben Macht mich natürlich Trotzdem extrem stolz Ich wünschte Ich hätte dieses Weil ich bin auch Ein Perfektionist So wer meine Arbeit kennt Der weiß so Ich achte auf In meiner Während meiner Arbeit Schon auf viele Details Und ich kann nicht sagen Ich war am Montagabend Bei der Borla League Und als ich diese Nachrichten Bekommen habe War ich kurz davor zu sagen Lass mich einfach Komplett da raus Lass mich einfach Komplett da raus Dann haben wir halt Jetzt das gemacht Aber dann waren auch Bernhard und so Die waren alle traurig Die waren so Digga Und bla Und kriegen wir das nicht Doch irgendwie noch hin Und so Und deswegen ist es leider Dann nur so geworden Wie es geworden ist Äh Und Also ich kann In den Memos sagen So die ich Niklas kenne Ich war so Niklas Ich bin dir ehrlich Ich finde alles Komplett scheiße Er sagt so Sagst du Man kann diese Weil das ging darum Wir haben diskutiert Können wir diese HSV-Szenen Wenigstens verwenden So Und ich so Niklas Ehrlich Ich finde es richtig scheiße Das klingt voll kacke Und Das passt gar nicht Ich habe was ganz anderes Davor gehabt Das hat gar nicht Diesen Vibe erzeugt Den ich erzeugen wollte In diesem Moment Aber Es wird Wie immer auch Es gibt ja auch voll oft Sachen die ich so meine Und dann verstehen es Leute Wie sie es verstehen Und dann finden sie es auch cool So Und dann ist mir das dann auch Egal So heißt es Safe Ich lese dir mal was vor Erstmal Sternshop Robo Danke für großzügige 1000 Bits Du alter Edelmann Splashy Bits Bitte bleib dabei Und mach es gerne nochmal Scheiß drauf Wenn manche es nicht mögen Zieh dein Ding durch Du bist doch mega funny Erstmal danke für die Bits Und danke für die Nachricht Und Man muss auch aufpassen Das ist mir auch aufgefallen Als Content Creator Sag ich mal Wenn du dich zu viel Eigentlich ist es ja geil Du willst ja auch kommunizieren Gerade ich bei meinem Hertha Content Ist ja das Ziel Mit den Leuten in Austausch Zu kommen Aber es ist auch echt Ein schmaler Grad Wenn ich zu viel Kritik mir durchlese Auch unterbewusst Dann verändert man vielleicht Sachen Obwohl es die meisten Leute Ja eigentlich geil finden Wenn du so bleibst Wie du bist Das ist gar nicht so einfach Manchmal Sich Feedback reinzuziehen Kritik anzunehmen Und sich dann Trotzdem treu zu bleiben Das ist echt manchmal schwer Ja 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 Also es ist definitiv Nicht einfach Ich check Wie gesagt Ist ja auch bei mir Nichts Neues Also es passiert halt Immer wieder Aber wie gesagt Ich habe genau gesehen Du hast gerade Du hast gerade so Da stand bei dir Reactions of Reza Und Hertha Doku Und dann war ich direkt so Ich habe geschrieben Wann guckst du die Doku Das hast du irgendwie nicht gelesen Oder es kam erst eine Stunde Später oder so Und dann Ne nicht mehr Whatsapp Ich habe es bei Twitch In Chat geschrieben Achso Okay Das ist übersehen Und dann dachte ich Komm irgendwann Ich rufe ihn einfach kurz an Weil Ja Ich bin ein ehrgeiziger Typ Weißt du Ich bin so So ein Mich triggert das schon So ein bisschen So Ja Aber ich bin dann auch nur Kurz so abgefuckt So Und ich hatte heute eh So einen Tag Wo ich so ein bisschen Genervt war und so Und dann kam diese Doku raus Ich war voll aufgeregt Wie die Leute reagieren Ich gucke die ersten Kommentare Ich sehe mich so Ehrgeiziger Und dann auch so im Struggle Ich Ich Toni schreibt auch Mir hat es gefallen Die negativen Stimmen Werden leider immer lauter sein Das darfst du auch nicht vergessen Das ist ja wie Wenn du Restaurants Oder was auch immer bewertest Safe Safe Wann gehst du mal Und sagst Boah Digga Der Burger war so geil Ich schreibe jetzt erstmal Eine Rezension Fünf Sterne Alter Meistens ist er so Was war denn das für ein Dreckservice Der ist hier kalt angekommen Zwei Stunden zu spät Jetzt schreibe ich Jetzt schreibe ich mal eine Bewertung Also so ist es ja auch Bei den Kommentaren Das darfst du nicht vergessen 100% Also ich bin tatsächlich Eine Person Ich schreibe nie Einen schlechten Kommentar Nie 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 Weil ich bin eher jemand Der lieber positiv spreadet Anstatt negativ spreadet Ich finde das ist Aber es ist auch schwer Dass man trotzdem Also wenn ich was schreibe Es passiert selten Dass ich was schreibe Aber wenn ich das schreibe Dann immer nur Hey geil Oder Beste war Das habe ich auch noch nie gemacht Nicht mal vor meiner Creator Zeit Habe ich noch nie gemacht Also es ist einfach geil Auch Positivity zu spreaden Aber Wie gesagt Um nochmal auf alles Zurück zu kommen Ich bin sehr dankbar dafür Es war trotzdem Todesfani Es war eine richtig lustige Erfahrung Ich werde eh Ich bin ja halt Markenbotschafter Seit zwei Jahren Von Hertha BSD Ich werde das auch Weitermachen So und So es wird eh Das ist auch geil Also ich bin zum Beispiel Dir mega dankbar Auch weil du halt Voll in diesem Mainstream Aktiv bist Und das habe ich mir Immer gewünscht Dass wir dann Leute haben Jetzt kein Front Nicht dass alle Elif Fanboys mir Direkt in jedem Video Ein Dislike dalassen Oder macht es meinetwegen Dann habe ich wenigstens Geil was für einen Algorithmus Ich habe mir das immer gewünscht Dass Leute die im Mainstream sind Einfach härter Pushen Ja Was mir dann auch zu wenig Einfach so war Vielleicht hat der auch Gründe gehabt Aber ich habe das immer nicht gemocht Wenn Leute Also ich habe es mir einfach gewünscht Ja Dass da Leute sind Die haben eigentlich eine Verbindung Zu Hertha Dass sie das für die Allgemeinheit Pushen Ey ich bin härter Fan Und so Und das nehme ich ja auch an dir Dass du das immer durchziehst Egal ob du auf einmal Bei der Zone bist Jeder weiß einfach Dass du härter Fan bist Und das ist ja auch einfach ein Fact Ja Das ist tatsächlich Ich finde das erste Thema Worüber ich mit jedem rede Ja Das ist bestimmt Das erste Thema Egal wo ich ankomme Ich kam gerade von sieben Stunden Wiesbaden Irgendwie so ein Scheiß Wo bist du Wo bist du Wo bist du Und so Die Leute Wo bist du Ja ich bin gerade Da und da mit Hertha Deswegen Also ja Wir sind viel unterwegs Es macht auch todes Spaß Ich mache es auch Für nichts Also man darf nicht vergessen Ich mache es für Nicht jetzt dass ich kein Nicht wegen Geld jetzt oder so Sondern ich mache es halt Nicht für die Reichweite Oder für Dings Jeder weiß ja Eigentlich war ja auch das Ziel Mit Hertha Wies Ziel Ein Format Für diese 34er zu finden Dass wir eigentlich Format haben Und mein Ziel war es ja auch Eigentlich mit Hertha Dass wir so einen Bus haben So einen Auswärtsbus Und immer alle Auswärtsfahrten Immer einen anderen Charakter Mit mir mitnehmen Zu einer Hertha Auswärts Irgendein Herthana Oder mal Spieler Mal dies Aber leider hat das nicht geklappt Und ich habe gesagt Mir egal Ich mache den 34er trotzdem Weißt du Das war so Da haben wir einen Scheiß drauf Hat nicht geklappt So läuft wie es ist Ich habe dieses Jahr einfach Bock Das durchzuziehen Das wollte ich jetzt nochmal fragen Kriegst du keine 150.000 Wie Axel Kruse im Jahr? Digga das ist crazy Nein leider nicht Leider nicht Ich würde es sogar gönnen Ich würde es sogar gönnen Digga Ich glaube Viele würden es mir nicht gönnen Aber es ist tatsächlich Überhaupt gar nicht so Sondern es ist immer so Ja Also bei Hertha ist es immer so Ich kann es euch ja sagen Bei Hertha Weiß ja jeder Wie Hertha ist Das ist ja kein Da wird jetzt auch keiner von Hertha Kostet das was? Internet Im Internet sozusagen Oder besser gesagt Bei intern wird jetzt auch keiner zu mir kommen So Es ist immer so Ich sage Die sagen Wir haben irgendwas Was wir machen Ich sage so Ja so wäre es normalerweise Die sagen So viel haben wir Und wir sagen Hertha Es ist Hertha Jedes Mal Digga das ist Ich gucke uns an Niemand andere Wir sind bei jedem knallhart Bei jedem sind wir so Nein dann scheißt auf das Projekt Bla bla Wir gucken uns was an Und es ist wirklich so Hungerslohn Dann ist es wirklich dieser 4 Euro Job Also so vom Übertrieben gesagt Ja Wirklich Für das Normale Und Aber man liebt ja Hertha Man macht es Ich mache es ja null dafür Ja Und deswegen Sonst Sonst würde sowas ja eh nicht klappen Alle machen das bei Hertha Nur dass man es weiß Jeder der mit Hertha zusammenarbeitet Glaubt mal Keiner kommt von dem Viel So wenn dann Außer ich Außer natürlich Felicio Für Immer positive Meinungen Internet spreaden Von 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 Shiba Shiba Inu Ne Das ist der Coin Wie heißen die Shibumi Shibumi Genau Die eine Million Jetzt weißt du wo die hingeflossen ist So nämlich In Felicio seine In türkisch Sag mal Chanta Tasche In meine Chanta Richtig In seine Chanta rein Wie geht es dir denn sonst so mit Hertha Was sagst du denn Wir haben auch wirklich lange nicht mehr über Hertha gesprochen Tatsächlich Richtig Marco Richter ist nicht mehr da Da kostest selbst du Obwohl du nie über jemanden ansatzweise irgendwas Schlechtes Du hast immer versucht das so zu verpacken Ja der kann vielleicht noch das machen und so Marco Richter ist selbst dir der Kragen irgendwann geplatzt Alter Ich hatte auch so eine letztes Letztens so eine funny story so Ich treffe mich mit Ich habe mich nach dem Bochum Spiel Bochum Bayern Spiel mit Kevin Schlotterbeck gesprochen Und Kevin Schlotterbeck sagt mir so Also wir sind im Auto Wir fahren gerade und er sagt so Marco Richter ist mein bester Freund Und ich sage ihm so Ey Ich habe menschlich immer nur das Beste gehört von Marco Ist ja auch wirklich so Ich hatte auch mal ein Trikot mir geschenkt Was ich verlosen konnte und so Siehst du mal Und ich habe zum Beispiel Wenn ich mit Wenn ich mit Spielern gesprochen habe über Marco Ich war immer so Ey er hat nicht den Kopf hochgenommen Oder bla Er hat nicht diesen Extrapass gesucht Und es hat ein bisschen genervt Dass er manchmal zu egoistisch war Oder so zu den Spielern Ja aber Marco ist Ein übelst lustiger Typ Übelst der coole Typ Und keiner Verliert einen Schlechtsort Aber ich habe ihn noch auch zu sagen Bro Ist mir egal Ob wir bester Freunde Seien Dings Es hat Ich war einfach dankbar Dass er dann nicht mehr bei uns war Kurz Weil es war in dieser Zeit Zu schlimm anzugucken Auf der 10 Das war wirklich nicht mehr erträglich Genau Und Ähm Das war Aber dafür haben wir jetzt auch Muss man sagen Halt auch einen Barcock Ne Der auch So manchmal echt Weirde Sachen macht Ja war der gar 6er Position Aber ich sage dir Ich sage dir Der Goat gerade bei uns Ist einfach Dudziak Digga Ich schwöre Underrated as fuck Digga Wieso hat er die ganze Zeit Nicht gespielt Er war verletzt Hat einen Einsatz bekommen Äh Nach Bei irgendeinem Spiel Das war nicht so geil Und danach hat er ihn wieder Auf die Bank Auf der Bank gelassen Und hat ihn aber dann In dem Spiel Wo wir noch hier Gegen wen haben wir noch So gesuckt am Ende Gegen Kiel Hat er ihn ja eingewechselt Da fand ich ihn schon Richtig richtig stark Und Äh Gegen Schalke Gegen Schalke war ja überkrass Boah Also er ist wirklich einer Kann den Ball führen Er kann Er hat den Kopf immer oben Er sucht den Mitspieler Er ist nicht eigensinnig Also auch Er kann One-Touch spielen Er kann den Ball durchlassen Und weiß Dass hinter ihm einer ist Und so Es gab viele Situationen Wo ich einfach nur dachte So danke war Dankbar war Aber ich gucke auch immer Die Spiele aus der Ostkurve Deswegen ist auch immer Ich sehe nicht so viel auch Muss ich ganz ehrlich sagen Und ich bin ja auch mehr am schreien Und du guckst von links rechts Du verpasst eh das halbe Spiel Weil du irgendwo anders hinguckst Oder irgendwann die Fahne vor dir ist Auf einmal und so Aber ja Aber Passi Clemens Passi Clemens Liebe Liebe Hat auch Von ihm auch vorher noch mal profitiert Hat man geschrieben Ja Fand ich auch sehr gut Das Spiel habe ich auch direkt Ich habe das aber auch direkt gesagt Vor dem Spiel Meinte ich Vor Pauli Spiel Meinte ich schon Gutiak und Clemens Das ist meine Favorite Sechs Habe ich da schon gesagt So Weil Clemens Verrückt eh So wie er reingeht Und so Teilweise wie er in Eins gegen Eins Situationen Auch gegen Spieler reingeht Und so ist es schon übelst funny Er spielt halt wie ein Veteran Wie ein alter Mann Es macht Viele positive Aspekte St. Pauli war natürlich Ein totes Spiel Da konnte ich nicht mehr Da konnte ich schon wieder nicht mehr Weil wir ja immer wieder Mit Hoffnung gefüttert werden Und danach Es ist auch Du weißt ja was du bekommst Das ist ja immer so Wir kommen So wo man sagt Ey Wir könnten jetzt mitspielen Um Ich sag auch nicht mehr das Wort Ums A Ja Aber wir Jedes Mal wenn es drauf ankommt Dann sucken wir Balls So Ja aber Digga Wir spielen auch so Dass ich schon predikten kann Ob ein Spiel was wird oder nicht Das ist halt Wirklich so gegen Gegner Wie du gerade gesagt hast Wie gegen Wien Wiesbaden Wie Eintracht Braunschweig Da weißt du doch schon Ja vielleicht gewinnst du Durch individuelle Klasse Aber da haben wir wieder Übelste Probleme Aber Ja also genau Taktik ist ja bei uns Wie man weiß Ein Fremdwort Zum Teil Oh ja Muss man schon sagen Also wirkt zumindest So auf dem Platz Sondern es kommt einfach nur drauf an Wie gut float jetzt die Elf Die auf dem Platz steht Finde ich immer so Was das mal da da nicht hören Alter Dann macht er direkt Frontalangriff In der PK auf dich Also Ich sag nur Nur da Also ich Ich sag auch nicht so Ja er muss raus Oder dies oder das Ich find halt einfach nur Man sieht immer Wenig Ideen Ideen so Wenig Ideen die Sinn ergeben dann auch So Wenn er eine Idee hat Dann war das halt so was Wie eine Dreierkette oder so Gefühlt so Oder Fieberkette War eine geile Idee War eine geile Idee genau Und Es ist auch so lustig In der Doku Ich hab nochmal so Die Zeit Das war das Zwei Monate zurück Und ich hab so mit Niklas geredet Ich war so Digga Was hat er da gelabert Was hat er da gelabert Überhaupt Urlaub morgen Dies das Ich denk mir so Es ist Spieltag Wir sind auch noch da Ist doch kein Urlaub Digga Wie können die mit dem Kopf im Urlaub sein Als ob einer Wenn er gerade die ganze Woche Gewonnen hat Eine perfekte Woche hinter sich hat Denkt Morgen geil Urlaub Alter Da denkst du doch als Spieler Ey ich will gar nicht Das aufhört Ich würde das Willen wir noch Perfekt beenden So Er ist so Morgen Urlaub Dings Das ist doch alles okay So Ich war so okay Dann weißt du so Dann hast du so Das ist aber halt auch Paul der So wie ich ADHS habe Der manchmal einfach mal Gefühlt labert einfach so Und das ist irgendwie gar nicht so Man ist gar nicht so Ernst 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 Ich weiß nicht nämlich Ob man das nicht so ernst nehmen darf Aber auf jeden Fall ist ja geil Darin Sachen zu leaken Ich hab schon gesagt Ey Vera Krings hat es auch echt nicht einfach Wie er dann einfach so sagt Ey Benze verdient 1.800 Euro brutto Einfach in der Pressekonferenz Und sie bestimmt nur so Oh mein Gott Ja Das ist Sowas ist auch schon wieder tough Alter Und dir Benze ist natürlich Tut natürlich auch weh Ja Klar Aber Ich bin da auch Wir müssen Ibo halten Digga Wir müssen Ibo halten Aber sehe ich halt auch schwer Ehrlich gesagt Also Vielleicht noch über den Sommer hinaus Aber das war es dann auch Definitiv Also wenn wir jetzt Außer wenn wir aufsteigen Ja Ich nehme es nicht in den Mund Dieses Wort Was auch immer du gerade gesagt hast Das ist für mich aktuell Man sollte auch nicht darüber reden Wenn Hertha WSC abgestiegen ist Darf man auch nicht über einen Aufstieg reden Aber ich finde es umso besser Dass Fabi Rehse trotzdem immer darüber redet Ja Ich finde es auch gut Ich finde es auch gut Ey du hast noch das Trikot von mir Fällt mir gerade mal ein Ich werde es auch nicht mehr unterschrieben bekommen Nein Also ich wollte Ich wollte ja auch mit Fabi zusammen Diese Doku-Folge nochmal vielleicht auf Twitch gucken So Das hatten wir mal Ich wollte es hinkriegen Aber wahrscheinlich Ich denke mal Er ist auch sehr busy Ich bin sehr busy Das wird schon wieder eine schwere Nummer Das hinzukriegen Dann hätte ich ihn aber mal gesehen Und dann wäre er vor allem hier gewesen Dann wäre es gar kein Problem gewesen So Aber so könnte es auch Ich Weißt du Es ist so Es gibt immer so Sachen Wo man gefallen Ich habe immer noch Ich habe zwei Trikots von ihm hängen Alle sind nicht unterschrieben Weil ich einfach zu dumm war Die in den Momenten Richtig unterschrieben zu bekommen Ja ist ja kein Problem Vielleicht klappt es ja noch Dann kann ich es noch verlosen Wenn nicht verlost du halt einfach so Die freuen sich doch trotzdem Wenn nicht mache ich es so Ja aber am geilsten wäre es natürlich Natürlich Aber wenn nicht Wenn Saison irgendwann vorbei ist Muss ich es verlosen Weil sonst ist es nicht mehr aktuell Definitiv Definitiv Ich muss jetzt auch leider reagieren Ja mach mal Ich würde gerne noch mit dir weiter Nein 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 Alles gut Alles gut Wenn ich jetzt nicht reagiere Dann bin ich erst um drei Uhr fertig Okay ey Kuss auf jeden Fall an alle Die es gefeiert haben Kuss auch an alle Die es vielleicht jetzt nicht so Nicht so abgeholt hat Und äh Ja hat mir Spaß gemacht Dass wir kurz nochmal drüber gequatscht haben Mir war deine Meinung vor allem wichtig Und äh Mach dir nicht so einen Kopf Ich mache mir wirklich null Kopf Das wird jetzt nicht in meinem Kopf bleiben Sondern es war einfach nur Es ist jetzt aktuell gerade Du warst genau gerade live Ich dachte wir reden einfach Ja Und dann äh Passt das so Ich wollte einfach dein Ist auch interessant Ich wollte Felicius Meinung wissen Und ihr habt auch jetzt nochmal Ein bisschen Background dazu bekommen Wie der Salat ablief Ja Also dankeschön Dass ich am Start sein konnte Freunde Machen wir trotzdem nochmal Bald wieder mal einen Fußballtalk Also spätestens ja nach der Saison Oder Gerne auch in der Saison eigentlich Also So wie Aber wir sind ja auf Twitch Ich bin jetzt auch öfter auf Twitch Ich könnte es ja genau so machen Du bist ja sogar Ich bin ja immer einer Der nur an gottlosen Zeiten kann Du kannst auch an gottlosen Zeiten Richtig Deswegen können wir das so machen Dass Wenn du siehst Ich starte abends Dann kann ich einfach fragen So Hey Sabri Willst du gleich noch reinkommen Theoretisch Weißt du Kann ich sagen Okay Dann date ich zu Ende Raide hier bei dir rein Ich komme rüber Wir sitzen noch kurz zusammen Und quatschen ein bisschen Gerne Also es ist 1 Uhr Ich wäre jetzt gefühlt am Start gewesen Weißt du So gottlos bin ich da halt Wenn es darum geht Ich wünsche euch allen aber wirklich Eine wunderschöne Nacht Schlaft schön Und Danke dass du da warst Danke für deine Backgroundinfos Und ich fand es geil Dass du dabei warst Und ich freue mich auf die nächsten Sachen Und Jetzt schlaf gut Wir ziehen uns jetzt noch Fabi Reze bei Edbroski rein Viel Spaß euch Danke dir Bro Ciao Machs gut Ciao So Wir gehen jetzt offline Spaß Bis zum nächsten Mal